Ja hallo ihr Lieben, ihr seht, ich bin heute sehr grenzwertig unterwegs. Ich bin auf 3.108 Meter am Kaunertaler Gletscher, und zwar ganz genau am Karlsjoch, und jetzt gerade befinde ich mich in Italien, und jetzt bin ich wieder in Österreich, hinter mir seht ihr einen Kameramann, ich bin nämlich beruflich unterwegs. Der P-Checker, ein Projekt, das ich euch oben verlinke, und unten in der Beschreibung, mit dem checke ich verschiedene interessante Sachen rund um Barrierefreiheit, und deswegen bin ich in Tirol, und hier am Berg, und es ist alles barrierefrei, das ist ziemlich unglaublich, ich bin ja kein großer Winterfan, weil es mir einfach zu kalt ist, und der Schnee und das Ganze, aber hier muss ich sagen, das hat was. Es ist einfach unglaublich, wenn man so hoch oben ist, und das Ganze dann noch dazu barrierefrei ist. Ich hoffe, meine neue Kamera gibt euch hier ein bisschen Einblick in dieses unglaubliche Panorama. Ja, das war's, ja, dieser kurzer Bericht, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr die Gelegenheit habt zu Skifahren, da habt ihr euch nicht alle dabei, und habt viel Spaß, und ich habe gerade gemerkt, ich habe immer in den Bildschirm geschaut, aber es tut mir leid, ist meine neue Kamera, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Gut, das war's, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, abonnieren nicht vergessen, und wenn es euch gefallen hat, gebt es mir einen Daumen hoch. Danke, schönes Wochenende, und nicht vergessen, Montag, Montagswitschauen. Bis dahin, wow.